hallo sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen collectors video in dem wir uns heute das multipack der brandneuen uefa euro 2024 sticker von tops anschauen wollen in diesem multipack und das seht ihr rechts oben schon ganz gut befinden sich insgesamt 42 sticker 41 normale sticker aus dieser kollektion plus ein garantierter gold signature sticker der allerdings nicht multipack exklusiv ist was ihr auch schon im ersten video mit der album vorstellung sehen konntet da haben wir bereits einen aus den normalen päckchen einer display box gezogen der preis für dieses multipack ihr seht es links oben aufgedruckt beträgt 6,99 euro oder 6,99 wenn man das ganze in großbritannien kauft und liegt damit sieht man mal von dem einen cent differenz ab genau auf dem niveau den er auch für sieben einzel sticker tüten ausgeben müsstet einziger wirklicher unterschied ist dann dass man hier den gold signature sticker garantiert hat ihr seht auch ganz gut im unteren bereich der verpackung sind diese sieben sticker tüten abgebildet die wir wahrscheinlich gleich nach dem öffnen finden werden und hier auf der rückseite begegnet uns hauptsächlich noch mal das design dieser uevo 2024 in deutschland zusammen mit den rechtlichen angaben die auf ein solches multipack gehören und auch hier finden wir noch mal den preis mit 6 euro 99 viel mehr gibt es hier nicht zu entdecken daher wollen wir jetzt natürlich mal reinschauen ziehen das ganze mal hier oben auf ich versuche es mal nicht allzu sehr kaputt zu reißen damit ich gleich noch ein halbwegs schreites foto für das titelbild machen kann und ihr seht hier an der einen stelle ist dann doch ein bisschen hartnäckiger verklebt aber wir haben es ja bereits soweit offen dass wir unsere sieben ist dicker tüten aus diesem multipack rausschicken können so da haben wir sie 1 2 3 4 5 6 7 das was drin ist stimmt also erfreulicherweise mit der angabe auf der verpackung überein und daher müssen wir jetzt eigentlich nur noch unseren gold signature sticker finden und wir schauen mal was der rest dieses multipacks noch so hergibt hier haben wir noch mal den blick auf eine sticker tüte die sich von den gestern gesehenen dann doch ein bisschen unterscheiden da hier nicht der preis mit aufgedrucktes also für alle tüten sammler ihr habt ihr schon mal jetzt eine zweite variante dieser sticker tüten gesehen und dann schauen wir mal wie wir als allerersten sticker aus diesen packs ziehen und es geht genau wie gestern mit dem logo eines unlizenzierten teams los denn ihr seht es da wo normalerweise das verbandswappen des französischen verbandes auf diesem sticker sein sollte sehen wir nur die landesflagge von frankreich die tops im gegensatz zu dem verbandswappen natürlich bedenkenlos abdrucken darf so dann haben wir zwei sticker aus den playoff teams und zwar von einem team dass ich dann letztendlich nicht qualifizieren konnte das team aus walds mit den den ort und wenn davis da haben wir oben großen für das deutsche team und ein sticker mit dem sehenswürdigkeiten aus england mit der tower bridge und dem buckingham palace da gibt es dann auch noch eine linke seite zu und dann noch den sticker von peter peckerig aus der slowakei sowie von antorn griesmann aus frankreich sondern verteilen unsere verschiedenen sticker hier mal und ich denke anhand dieser beiden könnte ganz gut den unterschied sehen falls ihr noch nicht beim ersten video dabei wart welche variante tops sich für die unlizenzierten teams ausgedacht hat da hat man dann in dem fall nur den kopf abgebildet da man das trikot mit entsprechendem logo ja nicht drucken darf damit haben wir glaube ich das lizenz thema dann auch mal abgehakt für dieses video konzentrieren uns auf unsere restlichen sticker und unser nächstes päckchen beginnt auch wieder mit einem glitzer sticker diesmal ist es ein captain sticker von thomas suschek für das team aus tschechien dann haben wir klaus jasula den wir auch aus der bundesliga kennen für das team aus albanien dann zwei starspieler sticker von den playoff teams mit rade kunic und michael modric die im gegensatz zu den restlichen starspielern dann nicht als glitzer variante sondern nur als normale standard sticker dann zwei spieler aus luxemburg mit marvin martins und was auch die luxemburger haben es ja dann letztendlich leider nicht geschafft dann haben wir den blick auf eine sehenswürdigkeit aus einem der teilnehmerländer wenn ihr spontan wisst was wir da sehen dann schreibt es gerne in die kommentare und dann haben wir noch einen legenden sticker im päckchen mit gareth bale aus dem team von wales so wir schauen ins nächste päckchen und finden willi orban als goldenen starspieler sticker für das team aus ungarn und das jetzt einer der normalen starspieler sticker das sollte dann noch nicht unser garantierte starspieler sticker mit unterschrift seien der müsste dann auch kommen dann haben wir wieder zwei valise mit isen ampadu und den james amritschan aus dem deutschen team mit danilo für portugal dann schwartzhof und maroschkin aus dem team von kasachstan auch die haben sich ja nicht qualifiziert waren aber zumindest in den playoffs und dann haben wir den für köln spielern florian kainz aus dem team von österreich nächstes päckchen beginnt mit einem player to watch sticker und das ist einer derjenigen spiele die bei diesem turnier ihren durchbruch auf der europäischen bühne schaffen könnten ada güler aus dem team der türkei dann haben wir auch unseren ersten top 11 sticker mit ivan peresic aus dem team der kroaten kenny mcglin für schottland thomas scholes aus tschechien und noch mal ein playoff sticker mit omri gleiser und schmiedel viktor aus dem team von israel auch die haben sie nicht zum turnier geschafft und zum abschluss haben wir noch charlie simmons für die niederlande päckchen nächstes päckchen beginnt auch wieder mit dem starspieler sticker von willi orban aber diesmal ist es der mit unterschrift und nachdem wir zweimal willi orban gezogen haben kann man natürlich auch wunderbar den unterschied zwischen beiden stickern sehen ihr seht links einmal die standard variante und rechts dann die vermutlich etwas seltenere variante als parallel sticker mit aufgedruckter unterschrift vielleicht noch mal ein kurzer blick auf die rückseite der beiden sticker ob sich die in irgendeiner weise unterscheiden das tun sie nicht ihr seht auf beiden die gleiche rückseite also kein zusätzlicher hinweis darauf dass einer der beiden ein parallel sticker ist das erkennt man dann nur an der vorderseite mit dieser aufgedruckten unterschrift ist der unterschied aber ja glücklicherweise recht deutlich so dann haben wir auch unser erstes richtiges verbandswarten aus dieser kollektion mit dem logo des spanischen verbandes das ganze auf diesem wunderbar reflektierenden und leuchtenden hintergrund dann wieder ein spieler aus albanien mit ernest muci dann haben wir albert als maskottchen dieser ueva euro 2024 und daneben eine unterschrift und wenn ich mich recht entsinne dann dürfte das die von rossi murinho sein der die funktion als offizieller sticker manager für dieses turnier bei tops angenommen hat und dann haben wir noch den top 11 sticker von orkun kökci für die türkei im päckchen sowie sandri lovcic aus dem team der slovenen so dann machen wir uns mal ans vorletzte päckchen in dem wir mit rasmus heulund unseren nächsten player to watch finden für das team aus dänemark dann ein weiterer spieler aus dem team von albanien mit shikaleshi dann ugrinic aus dem team der schweiz muhammed darami aus dem dänischen team louis openda von leipzig als top 11 spieler für das team aus belgien und dann haben wir noch den alt internationalen oliver giroux für das team aus frankreich so dann sind wir schon beim letzten sticker tütchen aus diesem multi pack angekommen und in dem finden wir einen weiteren player to watch sticker mit eduardo camavinca aus dem team der franzosen dann haben wir francesco acerbi für italien john mcginn für das schottische team als top 11 spieler dann war Lars Gerson und Mika Pinto für luxemburg shikaldau aus dem team der rumänen und david brekralow aus slovenien ja das waren sie unsere sieben sticker tüten aus diesem ueva euro 2024 multi pack von tops war richtig schöne sticker aus dieser kollektion haben wir gesehen ein parallel sticker war darunter und das war genau der der auch für dieses multi pack garantiert war mit dem star spieler sticker mit unterschrift von willi orban den wir passenderweise auch noch mal als standard star player sticker aus den packs gezogen haben was in dem fall gar nicht so schlecht war da man so mal den unterschied zwischen beiden stickern deutlich herausstellen konnte ja soviel von meiner seite für dieses multi pack würde mich natürlich freuen wenn ihr für dieses video noch ein like da lasst und natürlich bin ich auch auf euer feedback zu den gezogenen stickern gespannt alles was ihr dazu loswerden wollt packt jetzt gerne unten ins kommentarfeld da ja auch immer einige von euch fragen erhältlich sind die sticker bundesweit dann ab dem 4 april 2024 ab da solltet ihr sie dann auch überall dort bekommen wo es zeitung und zeitschriften gibt und auch für viele andere europäische länder ist dieser vierte april glaube ich der start schuss für diese kollektion die weiteren produkte die top sich für diese kollektion ausgedacht hat bekommt ihr dann in den kommenden tagen hier auf dem kanal zu sehen neben vielen anderen videos zu den gerade im umlauf befindlichen sticker und trading card kollektion denn diese sticker kollektion von tops ist ja nicht das einzige was man momentan im fußballbereich so sammeln kann solltet ihr davon nichts verpassen wollen dann greift euch noch eins der kostenlosen kanal abos ab denn mit denen könnt ihr euch auch benachrichtigen lassen sobald hier ein neues video online geht zudem sehen wir uns dann hoffentlich wieder bis dann macht's gut tschüss